Komm auf meine Spielwiese, das Sommerevent im Shopping Nord. Vom 30. Juni bis 2. Juli, 50 Aussteller mit der neuesten Technik von Saturn. Kids Corner, Hüpfburg, die Minions, Batman, Gewinnspiele, Chess Kitty und Willi Gabalier Live. Und am 1. Juli Late Night Shopping von 18 bis 21 Uhr mit 60 Superaktionen. Komm auf meine Spielwiese in Shopping Nord. Komm auf meine Spielwiese, das Sommerevent im Shopping Nord. Vom 30. Juni bis 2. Juli, 50 Aussteller mit der neuesten Technik von Saturn. Kids Corner, Hüpfburg, die Minions, Batman, Gewinnspiele, Chess Kitty und Willi Gabalier Live. Und am 1. Juli Late Night Shopping von 18 bis 21 Uhr mit 60 Superaktionen. Komm auf meine Spielwiese in Shopping Nord. Komm auf meine Spielwiese, das Sommerevent im Shopping Nord. Vom 30. Juni bis 2. Juli, 50 Aussteller mit der neuesten Technik von Saturn. Kids Corner, Hüpfburg, die Minions, Batman, Gewinnspiele, Chess Kitty und Willi Gabalier Live. Und am 1. Juli Late Night Shopping von 18 bis 21 Uhr mit 60 Superaktionen. Komm auf meine Spielwiese in Shopping Nord. Komm auf meine Spielwiese, das Sommerevent im Shopping Nord. Vom 30. Juni bis 2. Juli, 50 Aussteller mit der neuesten Technik von Saturn. Kids Corner, Hüpfburg, die Minions, Batman, Gewinnspiele, Chess Kitty und Willi Gabalier Live. Und am 1. Juli Late Night Shopping von 18 bis 21 Uhr mit 60 Superaktionen. Komm auf meine Spielwiese in Shopping Nord.